Hey, du bist gerade fertig mit der Schule oder dem Abitur und weißt noch nicht, was du danach machen sollst? Dann ist unser Jahresteam vielleicht genau das Richtige für dich. Hier kannst du zusammen mit anderen FSJlern dich in neuen Bereichen ausprobieren und Neues einfach erlernen. Du kannst ein Jahr für Gott und mit Gott unterwegs sein. Dein FSJ kannst du machen in vier Bereichen. Einmal der Hausmeisterei, dem Künder- und Jugendbereich, der Rezeption oder dem Housekeeping. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.